Hallo Schütze, herzlich willkommen zu Alayna Tarot. Mein Name ist Alayna. Schütze 24. bis 30. Yes, Honey, was erwartet ich. Für viele von euch gibt es nächste Woche Genuss, Wertschätzung, Ordnung, Neubeginne, die Zügel wieder in die Hand zu nehmen, aus der Liebe heraus zu agieren, Sicherheit, Freude, Vernunft, Schwangerschaften, neue Projekte. Einige Schützen unter euch sind gesegnet von der geistigen Welt. Einige Schützen unter euch habt ihr wirklich auch schon gebetet, habt ihr viel erlitten. Ihr werdet wirklich kommende Woche in eine wunderschöne Erneuerungsenergie kommen, egal ob es gesundheitlich oder nicht ist. Hier geht es darum, genieße kommende Woche alles, was ich dir biete. Gehe den Weg der Ordnung an. Diszipliniere dich, wenn es sein muss. Aber Intelligenz, Kraft, Willensstärke, Vernunft wird kommende Woche großgeschrieben sein. Neue Nährboden zeigen sich auf für Schützegeborene. Nicht zu einem billigen Preis, nicht zu einem teuren Preis, sondern dem Preis, den du individuell bezahlen darfst, wird sich dir kommende Woche aufzeigen. Gesundheit, Finanzen, Beruf wird es einen Durchbruch geben. Ja, ein super geiles Feeling wird kommen, wenn du bereit bist, es zuzulassen. Die Liebe wird ein paar holprige Situationen dir aufzeigen, darf aber auch sein. Alles, was mit außenstehenden Energien zu tun hat, wird dir zeigen, wie schön es ist, dass du genau weißt, was du willst, wann du was willst und wie du was möchtest. Schütze, ich wünsche dir alles Liebe. Kommentiere gerne oder schreib mich an für eine private Legung, wo ich dir gerne noch Zeit und einen Termin geben werde. Alles Liebe, Schütze, bis dahin. Bye. Bye.